Podcast ein professionelles Gesicht geben, dann bist du bei mir genau richtig. Hallo, mein Name ist Kurt aka Berlin Voice und hier auf Fiverr produziere ich dein professionelles Podcast-Intro und Podcast-Outro. Alles, was ich dazu brauche, ist dein Skript, also dein Textentwurf. Kleiner Tipp, in der Kürze liegt die Würze, also am besten nicht länger als 20 Sekunden. Wenn du Hilfe brauchst bei der Formulierung deines Textes, dann schreibe mir einfach eine kurze Nachricht. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Bis dahin. Danke, dass du pünktlich einschaltest, um businessblogger.de zu hören. Den Podcast von Carola Heine. Hör mal rein. Zeitgenossen-Podcast, der Podcast für Quer- und Vordenker mit Henrik Bischof. Der wöchentliche Wahnsinn für deine Ohren. Jung and Old, dein Podcast von und mit Sören Junge und Glenn Arnold. Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.